Joost geht ab Leute und herzlich Willkommen zu einem Black Ops 3 Kill-Duell. Natürlich kommt nur ein Gegner in Frage und der ist gerade mit mir zusammen in Amsterdam auf einem Hotel Zimmer. Ja, obwohl wir kühlträglich sind nicht in Amsterdam. Ja, okay, auf jeden Fall sind wir in Holland. Warum? Werdet ihr dann in circa zwei Wochen erfahren. Da erwartet euch ein richtig professionelles Video. Und ja, ich habe jetzt hier gerade das Kill-Duell geschnitten. Hier seht ihr, wie das so aussieht mit den ganzen Spuren, mit Perspektivwechsel und so. Also, ja, ich hoffe es wird euch gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, viel Spaß damit. Go. Okay Leute, erste Runde Herrschaft auf Harvok ist angesagt. Let's go. Ja, moin. Best of 3 natürlich Kill-Duell mit Nornithil spielen wir. Also nur die Gun-Kids entscheiden. Das ist die Klasse, mit der ich jetzt zocke. XR2 mit 4 aufsetzen. Boah, 4 Gegner sind auch am Start. Nice. Jetzt kommen ein paar rein. Der andere Joint ist noch Arab. Einen klaren Tag, Mr. Smiley. So, der wird jetzt Destroy. 2, 1, vamos. So, wir haben Angst vor Mr. Scream nur. Hey Mr. Green. Keinst du die Verbung? Ja, 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 klar. Hey Mr. Scream. Du hast auch Kampffokus wieder dabei, ne? Natürlich, Digga. Fair Play. Einer war recht nettlich. Noch einer. Boah, alle geholt. Nice. Nein, einer. Einer ist ein Heli, einer ist ein Heli. Shit. Nicht aufgepasst. Ich headgeetsch einfach mal ein bisschen jetzt. Komm, komm, komm. Ist der immer noch da? Da sind immer noch zwei. Lol. Digga, wo sind die denn alle hier? Immer noch im Heli war einer. Komm, ich laufe weiter. Ich bin wegen des vonkommt. Aber Digga, ich... Alter, wie hoch du in der Luft warst. Ja. Immer noch im Heli oder was? Schnell, schnell, schnell. Nein, ich will nie sliden. Ich hab fast kassiert von ihm, ne? Ich hab fast kassiert. Das wäre so ein richtig geiler Tod wieder gewesen. Ich war weak, Digga. Wirklich, kein Witz. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Die sich in C, die fick ich. Weiter. Ich glaub, die spawnen jetzt da im Haus. Sollten da jetzt hochkommen, oder? Ich spekuliere immer noch auf den C-Spawn. Ja, die spawnen noch weiter bei C, oder? Die sind komplett getript. Boah, Digga, was macht der denn? Digga, ich seh keinen Gegner gerade. Okay, jetzt. Ja, Digga, der eine ist... Der Scream ist jetzt dreimal durch mich gestorben. Hat so gegeiert, bis er mich endlich kriegt, Alter. Geht wieder einer schwimmen. Okay, ich darf mich über sowas nicht aufregen, obwohl er so geschluckt hat wie was weiß ich was, Digga. Das war nicht für normal. Ich weiß auch, als Haptic Crush einmal rausgehauen hat. Er hat mehr geschluckt als meine Mutter. Also über sich selbst rausgehauen. Konter-Drohne. Einer kommt bei dir noch vorne. Ich seh nicht. Nein, sieh denn nicht flashen. Oh, Mann. Ich flashed werden, er ist so übel. So ekelhaft. Einer kommt hier außen noch bei A. Ja, er out. Kannst du gucken, ob ich einen Turren kassiere von ihm? Nee, bekomm ich nicht mehr. Okay, ich hab ihn bei A. Ja, die sollten uns wieder komplett bei C spawnen. Du musst übrigens nach dem Nies-Slide so einen Single-Junk machen, dann bist du noch schneller. Digga, da hinten, der wollte nicht sterben, hier. Ja, ich hab auch einen ganz neuen Single-Fing geschossen. Nein, hinter uns. Ich weiß nicht, wo du die Kills wieder gemacht hast in der Zeit, Digga. Bei mir spawnt ja keiner. Teammate klaut in mir. Digga! Zum Glück hab ich den Kill gekriegt. Wichtig für die Psyche. Mann, die Gegner sind doch auch wie am schwitzen, Alter. Einen hab ich. Egal. Spawnen die, ich check das gerade auch nicht so richtig. Ah, okay, der spawnt bei dem Heft-Spot da. Scream, du Bastard. Es gibt ja so einen CS-Go-Spiel, der mit dem angeblich besten Aim der Welt heißt auch Scream. Der hat fast so gutes Aim wie ich in CS-Go. Er hat das auch letztens das erste Mal gespielt. Ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. Ist schon ein ganz cooles Spiel, muss man sagen. Also ein ganz anderes System. Was da so gefeiert wird. Nee, Digga. So, richtig haten. Ich glaub wegen Sturzschaden. Ey, das ist doch lächerlich, Bro. Der Pack-Offs-Dreiwege, Fallschaden, ist geil. So wie in A-W. Unmöglich eigentlich. Ich war weak und dann, ja. Digga, wie der Typ in Headclipsch geht. Was fällt dir eigentlich ein, Digga? Nein, der macht richtig ernst. Ich hab Angst vor ihm. Nee, ich verpiss mich. Oh Gott. Da ist einer mit Snipen. Ja, du holst ihn. Oh, über dir ist einer. Ja, ist natürlich weg. Oh, ich hab in eine Weak geschossen. Er ist immer noch da im Häuschen. Digga. Ja, alles klar. Ja, ich hab's gesehen, Digga. Er warbeck mich durch so 4, 5 Meter breite Stahlwände. Digga, ich krieg ihn nicht da und da oben. Ich hab so reingeschossen. Digga, was ist denn mit dem? Ist ja immer noch hier. Ich weiß es nicht. Der ist immer noch hier. Ja, ja, der Schilder ist immer noch hier. Guck, ob ich auch noch einen Turn von ihm kassiere. Ist niemand? Ah, da. Scream. Scream. Ja, schön hab ich dich, du keiner Ficker, Alter. Einer kommt hier von hinten. Oh, shit. Ich glaub, die gehen wieder schwimmen hier außen. Digga, der Scream, der schwitzt ja so. Mein Gott, jedem Gunfight bin ich so weak. Okay, nice. Ich hab noch Drohne für die zweite Halbzeit klargemacht. Noch einer vielleicht? Ich seh niemanden. Ich veraime wirklich, das darfst du niemals zeigen. Digga, wie kannst du hier 10 Kills mehr haben, Alter? Ich versteh das nicht, Mann. Ich weiß das nicht. Ich schwitz mir jetzt mal meinen Arsch vor, Alter. Für den Orbi. So. Übrigens, Leute, ich spiel wieder mit Kines im Account. Also nicht wundern. So, Digga. Safe spielt Kiwi für dich. Ja, Kiwi ist noch am schlafen, Alter, um 15.23 Uhr. Na. Wenn ich jetzt kassiert hätte, Digga, ich wär hier. Okay, schon wieder 2. Oh, shit. Ich könnte noch jetzt vom Heli auskommen. Ja, ich hab Orbi, Digga, ich hab Orbi. Hau raus. Ey, Mann. Das sind so wichtige Schlüssel-Szenen, die ich immer verkacke, Mann. Das ist so schade, einfach. So ein unnötiger Tod. Entschuldigung, rausgehauen, oder was? Nee, aber... Oh Gott, das war jetzt mal. Oh, saftiger Spawn für dich, oder? Naja, geht. Zwei Stück. Dritte geht mir fast zur Öner. Alle bei... Alle im Heli. Alle im Heli. Okay, gnadenlos. Komm schon, Alter. Let's go. Spawn die... Bei dir. Ich auch. Okay. Er läuft schon wieder komplett außenrum, der Typ, der Frechdachs. Wo ist er denn? What? Ja, komm, Digga. Holt mich mit Todbringer, Mann. Herr Boxer. Wie unnötig. Digga, hier sind alle hier vor mir. Alle vor mir gespawnt. Mann, Marcel, warum gewinnst du solche Szenen nicht? Die waren zu 15, alle hochgesprungen, Digga. Wirklich jetzt zu 15, ist grad nicht übertrieben. Boah. Noch einer im Heli, glaub ich, gleich. Unkonzentriert, Alter. Ich hab grad auch richtig dumm totkassiert. Ich hab ihn gehört, dass er hinter mir war mit Todbringer. Nein, ich fahr aimer aber auch in jedem Gunfighter. Das ist mein Problem, Alter. Mein Gott, komm schon, Marcel. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Wie viele Kids hab ich? 11 Kids mehr. Digga, ich kann nix machen, Mann. Er hat mich auch noch was geholt. Chaos, Digga. Ja, ich komm, ich lauf immer genau so, dass die nur von hinten und von der Seite kommen. Oh! Das war knapp. Die Ausnahmslaufen ist so der Selbstmord immer. Und hier zu A? Ah, halt. Alter, what the fuck? Ich hab First Shot, alles. Er outgumpt mich mit einer MP. Holy shit, ey. So. 37 zu 24. Oh mein Gott, der Turn-On. Unreal. Unreal, Digga. Das war nicht... Das war nicht mehr normal. Ja, gut, dann sieht man's ja egal von wo. Ja, der Typ in dem Auto, Digga. Es ging grad um sein Leben. Ja, und der andere, weißt du? Der könnte dich auch holen, aber er nimmt mich. Das ist einfach so. Er könnte dich genauso holen. Die Chance ist 50-50. Das ist wieder das Barster-Kill-Duell-Lack. Hinter mir. Boah, er hat auch gut kassiert jetzt. Ich geh da jetzt lang. Das ist wahrscheinlich mein Todesurteil. So, wir spawnen jetzt. Hier außen, komm noch her. Papa. Wow. Aufpassen. Komm, ist von hinten, Digga. Boah, Digga, der Typ mit seinem Scheißgeist. Wo kommt der jetzt? Meine Güte, der ist doch oben hier im Häuschen. Komm her. Okay, Team-It hat den, nice. Noch einer, noch einer, noch einer beim Panzer. Boah, scheiße. Okay. Ich glaub, die erste Runde geht an mich, Leute. Tschüss, Team. Ich bin hier so am Sweat noch, aber... Nein! Immer wenn ich... Ich bin kurz vor drei Gegnern oder so, Mann. Und dann krieg ich den Scheiß-Blitzschlag, Alter. Alter, wie hat der mir diesen Kill geklaut? Das ist ja nicht mehr normal. Schluck schon wieder drei Bursts. Die XR2 ist manchmal so inconsistent. Schau mal, jetzt gibt ich ihm den heftigsten One-Burst aller Zeiten. Ja, weil ich hab mir angeschossen. Achso, okay. Ich dachte schon. Ja, Digga, es ist nicht normal. Die Szene ist wieder bezeichnend, die letzte. Ey, das ist doch... Ey, lächerlich. Okay, Leute. Erste Runde hatte ich mal wieder ein bisschen mehr Momentum. Ich würd sagen, wir sehen uns in der zweiten Runde wieder. Nächste Runde, Leute. Marcel muss wieder nachziehen. Digga, das ist so krank, Alter, gegen den Jungen zu spielen, Mann. Ich hab immer mehr Kills als alle, mit denen ich spiele. Aber bei ihm ist es einfach unglaublich. Diese Dominanz, Alter. Das Problem ist bei ihm, dass er konstant einfach spielt. Ich breche mal ein wie so eine Eisscholle. Ja, Digga, wenn ich mich retten kann, jawoll! Ich hab da hinten gespawnt. Uiuiui. Du bist richtig gut im Gegenspawng gerade, Digga. Da bringt mir auch grad nichts. Noch einer ist da weak. Er ist in den kleinen Raum gelaufen. Digga, ich check grad gar nichts. Uiuiui, zwei bei A, zwei bei A. Shit. Komm, komm, Team-Mails. Push doch vor, bleib doch nicht stehen. Wow. Ich hast geholt. Wow. Digga, wo spawnen die? Wow. Ja, Digga, weißt du, ich bin alleine, ich bin schon mal, hab das Glück, dass ich alleine bei C bin, aber die Gegner spawnen einfach nicht mehr da. Die waren alle bei A, Alter. Oh, nein, Team-Mails-Safe nicht auch ein bisschen früher. Hab den ganz so einen Move-End gedrückt, Alter. Den kleinen Franzosen hier. Oh, nice. Wow, 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 wow. Digga, er gibt mir eine Kugel mit seiner MP. Was ist das? Digga, ich hab wieder... ...ein Zentimeter Time-Pech. Ich führe grad mit drei Kills. Nice. Ja. Einer ist bei dem Plattform schon wieder. Ja, ja, guck, ob er mich auch aus-aimt. Guck, ob er mich noch holt. Warte, ich noch... Ah, der andere holt mich. Marcel, jetzt reißt dich zusammen. Alter. Welche Waffe spielst du? XR wieder. XR 2 spiele ich wieder. Nice, einer ist noch oben wieder bei der Plattform. Warum versuche ich Capture-Kill zu machen bei dem Kill? Komm, schnell. Boah, das ist echt nicht einfach hier mit wenig Toten rauszugehen aus so einer Lobby. Unmöglich. Beste Spiel der Welt. Holy shit, er ist wieder links direkt, Digga. Ja, Digga, das sind zwei und das sind einfach gute Spieler. Kann man echt nichts gegen sagen. Das ist einfach so. Das sind gute Call-of-Duty-Spiele. Wie du das gesagt hast. Ja, ist ja so, Digga. Guck mal, der Mirage, er kommt um die Ecke, drückt mir wirklich jetzt ohne Scheiß jede Kugel einen Hit. Ja, das ist schon schlecht, ne? Ich lauf gerade einfach voll den Gegnerspawn. Der ist immer so riskant, Digga. Oh, ich bin einfach über ihn gesprungen. What the fuck? Er dachte richtig, das gehört so, wohin mit ihm, Mann. Da ist noch einer. Komm her. Changet der mich? Ne. Hast du den, Digga? Außen. Nice. Schön. Ja, ich sicher mal A und dann bin ich auf dem Weg zum Orbi. Okay, ganz sicher jetzt spielen. Okay, ich hab Orbi. Bin auch eins vor. Komm, die jetzt bei dir? Digga, der gibt mir Prefire des Grauens. Ja, der gibt mir Prefire der Vergeltung, Digga. So, ich lauf jetzt mal ein bisschen sicherer lang. Nein, ich krieg ihn nicht. Gnadenlos. Oh, wie rausgegangen, jetzt mach ich keine Kills mehr. Hätt ich ab kein Mom-Mas gemacht, hätte ich gestorben. Hab auch, hab auch Orbit. Nice. Schönes Ding. Oh, Digga, du bist ja so böse im Spawnen da. Ja, aber ich kann grad. Ich muss grad voll aufpassen. Nein! Dumm sterben. Ist der behindert, der Gegner hier? Oh! Mein Gott, ist der frech. Nein, erster Außen-Week. Noch einen, noch einen, noch einer. Bei Hater. Hast du Hater schon rausgehauen? Ja, ja. Da ist einer. Nein. Aufpassen, Anton. Einer ist ja unten von Wallride. Einer ist noch hier außen. Nice. Was machen die jetzt gerade, die Gegner? Oh, nein. Nein, nein, nein. Da ist noch einer teammate. Der Typ, der quittet vor meinen Augen. Guck mal, ich bin auf 20er oder so. LoL, du hast mehr Kills. Ich hab gar nicht drauf geachtet. Du bist auf 20er, Streak? Echt jetzt? Mein Herz, Digga. Auf jeden Fall. Irgendwas. Hast du wieder gleich Orbit? Ich hab schon Orbit. Oh, nice, Alter. Holy shit. Digga, wir waren gerade voll leise und konzentriert. Ja, Digga, Todes. Digga, wieso führen denn die Gegner so hoch, verdammte Scheiße? Okay, aber raus, Digga. Nice. Nice. Die Schwebeladung hätte mich fast gewollt. Digga, ich... Komm mal. Ich brauche noch Orbi. Digga, ich bin gerade so gut wie Tod. Nice. Auch noch Orbi, Digga. Teammake, geh doch raus. Teammake, geh doch raus. Ich geh jetzt nur auf Streak, mir sind die Kills gerade egal, bin ich ehrlich. Ja, ich bin gerade auch voll auf Streak. Ist halt so nice, halt, hier nuklearen Killdreel zu machen. Hast du Orbit, Digga, hau raus. Ja, ja, hier. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wie ich langlaufen soll, weil ich voll Angst habe zu sterben jetzt hier. Ich will doch nicht dumm sterben. Wo ist er? Ich bin so abgerutscht vom Controller, Digga. Wo, 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 wo. Oh mein Gott, Digga, Anton holt hier alles. Ich hab Angst, Digga, ich geh nur noch auf... Nein! Jetzt hab ich unnachgiebig erst. Mann, warum? Leute, scheiße, die Kommentare, wie konnte ich das sterben, Alter? Digga, ich... Ich hab ihn als erstes angehittet, Alter. Der hat mich geflasht. Er holt mich wieder. Du hast zwei Kills mehr sogar, Digga. Ich bin auf Streak. Immer noch auf Streak. Oh mein Gott, du konnte nicht. Ich bin weiß nicht, was ich machen soll, Digga. Ich spiel nur noch auf Streak. Mir ist alles andere egal. Wow. Gut normalisiert. Ich bin eins vor Orbit. Orbit raus. War raus. Nice, Alter. Let's go. Nein, er flasht mich. Er flasht mich. Nein. Brutal oder so. Oh, Mann. Schade, Digga. Oh. Ja, jetzt kassier ich direkt wieder. Weißt du, jetzt bin ich auf Streak gegangen, hab gekämpft wie eine Drecksaun. Jetzt werde ich das Kill-Duell deswegen verlieren. Boah, ich bin da wieder übelst im Gegenspawn. Boah, Digga. Scheiße, belastend. Oh, Mann. Oh, die flasht Nate einfach. Hast du noch Orbit? Ja, hab ich. Digga, die flasht mich so ekelhaft. Digga, es ist so krank. Digga, es ist doch krank. Warum flasht ihr, Mann? Alter, Digga. Ich bin gerade übelst heftig auf Streak. Nice. Kahn 44. Oh, die müssen jetzt... Oh, ich hasse den anderen Spawn, Mann. Alter, bei mir ruckelt es gerade übelst heftig. Was geht ab? Kennst du diesen Bug? Nee, Mann. Ich bin gerade so im Spawn, Digga. Ich kann gerade nicht reden. Oh, mein Gott. Was ist das bei mir gerade? Er holt nur mich. Er holt nur mich. Er holt nur mich. Nice. Oh, du hast doch krank. Hab ich... Oh, warte. Ich hau Orbitos. Einer ist oben bei uns ins Haus. Oh, warte. Der Typ. Übelst Angst gerade schon wieder. Ich bin schon wieder voll nervous, Alter. Was ist los mit mir? Digga, was mache ich hier gerade mit denen? Ich rasier die so tot. Digga, Mann. Die spawnen bei mir nicht. Versuch mal Orbitos. Machen sie richtig korrekt, Alter. Ja, Digga. Ich gehe hier schon auf... Oh, bitte. Ich gehe hier schon nicht auf Sterben. Naja. Nice, hab zwei. Oh, Digga. Ach, ich bin wieder Orbi. Nice, nice, nice. Okay, okay. Komm, Anton. Konzentrier dich jetzt. Oh, Digga. Ich habe die gerade so gefickt. Oh. Kill den mal da hinten. Hab ich. Nice. Frech Orbi. So. Hab auch Orbit. So. Spawn die da hinten. Einer ist da hinten, ganz AFK, glaube ich. Oh, ich dachte schon, der Pre-End mich. Boah, Digga. Das ist so spannend. Zwei Kills, Digga. Stimmt. Zwei Kills? Eben waren es zwei. Ich weiß, wie viele es jetzt sind. Holy shit, Alter. Einer ist beim kleinen Fenster. Nein, belassen. Ich gebe ihm fast Zeit an seines Lebens. Warte. Okay, ganz ruhig, Anton. Nein. Ich sterbe. Ich sterbe. Ich sterbe. Anton, warum bist du so nervös, Digga? Ich war auf 24 oder so. Holy shit. Nein, wie er hält, ist ja frech. Ist das ein frech, Fratt? Ich habe so gechockt. Digga, du hast genauso viele Kids, genauso viele Tode. What the fuck? Okay, ich kann gleich Prestigen, glaube ich. Oh mein. Nein, ich sterbe. Du hast zwei Kids mehr. Holy shit. Nein, 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 nein. Komm, Anton. Du musst den Superabschluss noch so gleich machen. Digga, du bist so heftig im Spawn, ne? Eigentlich musst du nur noch überleben, dann hast du es. Ah, jetzt bauen du bei mir. Fünf Kids hast du mehr, okay. Das wird jetzt nicht einfach. Wieder Orbit. Ja, das Problem ist ja jetzt bei der Runde, dass die Runde einfach 102.000 Jahre dauert, weißt du? Hm. Einer ist hier unten, habe ich. Wow. Wieder gnadenlos, Digga. Ich habe auch wieder gnadenlos. Nein, noch einer hinten, ganz hinten. Ich habe drei Kids mehr, ich habe drei Kids mehr. Was, Digga? Wann hast du diese Kids geholt? Digga, was geht mit dir ab? Wieder skrupellos. Nein, er blitzt mich. Er blitzt mich. Nein. Oh, oh. Das hat dein Vater im Video auch gesagt, Digga. Als du geblitzt wurdest mit ihm. 68, 68. Digga, wo hast du diese Kids gerade hergeholt? Der Junge ist einfach unglaublich, Alter. Ah, mich darf man nie abschreiben. Wie in Arbeiten, kleiner Freestyle. Du trennst dich. Alter, Digga, wie lange geht die Runde, Mann? Digga, nein. Nein. Orbi, nochmal. Nein, wo ist die Sponson geflippt? Wo ist er? Boah, der Kill war wichtig, Alter. Hör Orbit raus, hör Orbit raus. Hab ich, hab ich, hab ich. Digga, das ist... Ich habe zwei Kids mehr. Oh, fuck, Alter. Holy shit, Digga, ich hab noch nie einen 10.000er-Score hier. Ich auch nicht, wir haben beide einfach einen, Digga. Alter. Boah, die Runde war so nice, Alter. Die hat so Spaß gemacht. Ohne Schei. Todesspannend, ey. Ohne Mist, Mann. Digga, wir hätten beide eigentlich easy nuclear machen können, ne? Ich hab so gejokt. Ich will mal meine Medaillen wissen, Digga. Ich will meine Medaillen wissen, Alter. Ja, ich warte auch mal kurz ab. Oh, Mann. Ich hab so... Verdammt, Alter. Vor allem die Gegner haben so objective. Das ist eigentlich die perfekte Lobby, Alter. Ja, das ist halt echt übelstgebockt, Mann. Das Ding ist, ich hab so eine KN-Aufbogen mit so einem Akku krisieren. Dann war ich übelst am Struggle, dann wollte ich Pistol auswählen, dann war es schon zu spät. Egal, was soll's. Alter, 76 Kids und 74 von Killdraill. Richtig nice, ey. Alter. Das war echt intens. Ich hab so gut gespielt am Ende. Digga, du kannst meine ganze Runde eigentlich zeigen. Ich schwör. Ja, das schneid ich dann schon nice zusammen. Lass mal ganz kurz mal die Medaillen checken. Guck du auch mal, Alter. Ich bin mal gespannt, Mann. Ja, ja, ich check auch. Alter, Digga, was geht? Bei mir auch. Denkstall aus dem anderen Zeichen. Ja, okay. Ja, ich hatte... Was hatte ich? Zweimal unnachgiebig hatte ich. Dreimal gnadenlos. Ich hatte einen super Abschluss. Unnachgiebig hatte ich. Guck mal, was ich hatte. Zweimal skrupellos hatte ich. Okay, Leute. Also, ich hoffe, euch hat dieses übelst spannende Killdraill gefallen. Marcel hat wieder richtig gut mitgehalten, Mann. Und ich würde sagen, falls ihr mehr davon sehen wollt, auch vielleicht mal gegen andere YouTuber oder nochmal eine Revanche gegen Marcel, lasst einfach einen Daumen nach oben da. Marcel ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, bis Schlusswortkrieg. Marcel-Lie. Ja, Leute. Das war auf jeden Fall leichter. Übelst krass. Ich hab auch das erste Mal jetzt so viele Kills. Nonnie, das war richtig heftig. Dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und tschüss. Und ich glaube, es war richtig. Ich hoffe, jetzt ist das Ärger. Ich informaçãoıll, Leute. Ich bin natürlich selbst mind corridor. Des certainly in der Videobeschreibung. Was ist Kunst wirklich so sicher? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.